Seid gegrüßt Gaming-Freunde, für eine weitere Folge von Assassin's Creed Revelation. Hier ist euer Don. Willkommen liebe Gaming-Freunde. Wir befinden uns hier und zwar ist es eine Sophia-Erinnerung. Und dann gehen wir mal hier drauf. Oh. Ja, das ist immer ein bisschen mühsam. Gut, das ist Zeichnen Siebohle Teil 1 und hier gehen wir nun auf die Suche von Marco Polos Bücher. Das erste Buch ist hier. Ich sehe hier, doch hier unten ist etwas. Ich sehe hier unten auf die Suche von Marco Polos Bücher. Ich sehe hier unten auf die Suche von Marco Polos Bücher. Ich sehe hier unten auf die Suche von Marco Polos Bücher. Hey. Und das war es für Zeichnen-Symbole Teil 1. Wenn euch die Videos gefallen und ihr weitere folgen sehen möchtet, dann wisst ihr ja was zu tun ist. Wenn ihr Lust habt, hinterlasst mir konstruktive Kommentare hierzu. Gibt es ein Spiel, das ihr hier sehen möchtet, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ciao, tschüss, euer Dom.